was geht leute wir wissen wir zu einer weiteren folge let's play minecraft und ach ja stimmt ja wir waren ja auf der suche nach birkenholz das war ein bisschen was weg sortieren gehen das war am ende glaube ich gar nichts aufgenommen bis auf detroit become human und gestern konnte ich nichts aufnehmen beziehungsweise aufnehmen jedenfalls auch hochladen weil ich wieder babysit musste ganz spontan halt aus gründen und so beziehungsweise mein neff hat sich wehgetan musste ins krankenhaus und dies das anders und mein bruder der war arbeiten und dann musste ich halt auf meine nichte aufpassen und dies das und so und das geht halt bei mir vor also familie vor das place also allgemein vor so was die 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 wirken holz für sticks wir sollten genug holz haben für sticks die erde kann man bald nicht verbauen was auch noch richtig belastend ist ich nehme gerade am mittwoch auf gestern oder vorgestern das motor oder dienstag auf jeden fall am siebten klar wo das war der habe ist gut getrennt also für die das nicht wissen dass eine youtube gruppe kann man quasi sagen direkt gemeinsamen computerspiele gespielt haben aufgenommen haben also quasi aus grong pandole dominator und currywurst die haben sich wohl jetzt irgendwie getrennt beziehungsweise tobi und pan und grong haben sich wohl irgendwie von curry distanziert keine ahnung was davor gefallen ist voll belastend weil ich habe die videos eigentlich immer voll gerne guckt so sind auch schon über daran folgen aber naja gut richtig belastend ist dass diese das einerseits verstehe ich auch dass sie das nicht schlagen wollen und überreden wollen soja aber weiß ich nicht dieses nicht mit nichts wissende geben auch hart auf die eier aber naja gut mist ist das und dann diese ganzen komischen news seiten dass sich angeblich die fans dafür ritzen und dies ist keine ahnung weiß ich nicht ob das wahr ist aber wenn das wirklich der fall ist gott bitte mach das nicht das ist doch voll dumm ja also ne bursche was wollte ich eigentlich sicherzeit machen in minecraft äh wir haben birke für sticks wir wollten fackeln oder so machen ne ach nee stimmt wir wollten ja ja jetzt fällt mir wieder ein abon Bueno ähm Und upsala, scheiße, ups, das wollte ich jetzt nicht. Upsi, ich würde eigentlich Zäune machen, keine Zaun-Tor, ach, wenn man immer noch voll verpeilt ist, äh, Zaun-Tor, ja, ist klar, eigentlich ein Holz-Zaun, Mann. So, so, damit sollte man noch mal ein bisschen arbeiten können. Soll ich mal die Viecher von unseren Feldern fernhalten können, das ist ja furchtbar. So, und ich nehme jetzt erstmal heute täglich auf, weil, wie ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, lief die vorgestern erste Folge Detroit Become Human auch auf dem Kanal und eigentlich sollte die zweite von gestern kommen, aber ich konnte nicht hochladen, weil wegen Babysitten und deswegen, ja, werde ich heute erstmal nur täglich Minecraft Fallout und Co produzieren. Battle Royale ist ja erstmal pausiert, weil, weiß ich nicht, kein Bock mehr, beziehungsweise, ich warte auf ein paar sinnvolle Updates noch, damit sich da was tut und so. Und ja, oh, ich glaube, wir müssen immer noch Land erweitern und ich will immer auf Dreieck springen wegen Fallout, ja, moin. Ja, ich glaube, da müssen wir noch ein Stück erweitern für unser Feld. Den Fackeln müssen wir auch immer machen, wenn wir uns hier auf den Feldern ausleuchten oder so. Ach, ja, ach, geil, wir werden wieder in der Erde klatschen, sehr schön. Und Stein. Dann müssen wir mindestens noch die Breite wegmachen, weil wegen, dann müssen wir auch nichts über die Zäune springen können, theoretisch. Geil, so kriegt man auch wieder Erde. Zweieinhalb war Kartoffeln, der soll schlaufen. Mann. Oh, lauf doch, Mann. Hör nicht. Warum hörst du mit dem Sprinten mittendrin auf, du Bimbo? Da schon wieder. Mann. Lauf. Vor Viehzeuge von den Feldern spawnt, Mann. Geht doch. Ja. Oh, gut. Da sehen wir schon die erste Missgeburt. Hör nicht. Piss dich. Mit deinen scheiß Giften. Oh, lol. Lost on Stone. So. Es gibt eigentlich erste Venetas, ob man Tierhacken hat. Beziehungsweise Wasser und Lava. Aber gut. Schau. Guck. Ah, ich sag's wo eine Höhle oder so. Ich hab gesehen, Tobi hat auch wieder irgendwie Minecraft gespielt, in seinem Stream oder so. Voll nice. Whisky. Digga, der Kater geht mir heute so auf den Sack, ne? War jetzt schon zum dritten Mal auf der Küchenzeile. Und so zweimal hab ich ihn schon runtergezerrt, alter. Mann. Also am Mählich muss er doch auch raffen. Oh, ich krieg Ärger, das sollte ich nicht tun. Dummes Mistvieh, alter. Genau du. Nee, brauchst mich gar nicht auf der anderen Seite anmauzen. Pfosten, alter. Mann. Spastis. Koda, der ist viel entspannter. Jetzt war kein Bock auf mich am Streicheln und so, aber dafür chillt er wenigstens auf dem Fußboden und beziehungsweise gerade auf dem Rucksack. Und chillt seine Lage. Extrem. Haben wir die Werkbank mitgenommen? Ah, okay, haben wir. Oh, du gehst mal wieder da hin. Inventarmanagement und so. Ach ja. Ach ja. Ich habe unerwartet viel Feedback auf Detroit Become Human beziehungsweise Aufrufe bekommen, voll nice, voll gut. Zum Thema, ja wir müssen noch in die Mine und so Kriegen hier allein Leute Platz brauchen für die Felder, noch so viel Stein, ey das ist unglaublich Und hier ist irgendwo Lava Ja und ich glaube, dass hier unten auch noch raus, weil da ja immer wieder Erdboden, beziehungsweise Gras und so Ich habe das Gefühl, der deutsche Sommer ist auch wieder zu Ende, kann er sein. Wir in den letzten Tagen übelste Hitze bekommen, ja. Und jetzt irgendwie so, nö, jetzt machen wir es wieder kühler. So voll strange, Alter. Ich habe mich schon voll gefreut, so ja geil, Sommer und so. Oh, 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 oh. Aber naja gut. Ich glaube, ich mach erstmal daran links an der Seite, das ist zu Ende. Ah, was sind denn du, kleine Felder? Das werden ja bei Weitem auch noch nicht alle Felder gewesen sein. Wir müssen ja auch rote Beete, Berries etc. anbauen. Oh, nice. Ist das auch fällig. So, kloppen wir uns auch mal ein bisschen weg, so Hände auf. Oh Gott, dann müssen wir ja bald alles mit Wasser hier fluchen. Hier da. Da geht doch schon wieder predestiniert. Oh Gott, ne Tierfahrer müssen wir auch noch machen. Vor allem, es gibt nur ganz kurz da. Es gibt wieder hier rauf, so auf der Map. Okay. Hey. Du hast du die Z-Lageweine gehabt wahrscheinlich, würde er mich fragen, wa? Aber hey, fürs Let's Play und so, ja. Ich brauche schon wieder Erde, verdammte Axt. Erde, 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 Erde. Belastend. Oh, das war immer noch ein Missgeburt. Ich musste glaube ich mehr fucking klatschen. Hey. Wobei, wenn es nur ein Zombie ist, ist ja okay, aber ganz andere Scheiße nervt. So. Vielleicht können wir auch Erde fahren, in dem wir Kies verbauen. Also Kieswege und so. Theoretisch. Das war der Hand. Ach, die Hand. Das war der Hand. So kommt wieder zwei Stacks Pflastersteine. Geil. So. Oh, hoffenweise Pflastersteine. Nice. Mein Trophy. So. So. Wir sind schon Level 32. Irgendwann nicht mehr auf der Höhle tun. Dann haben wir uns nur an seine eigenen Minen gemacht. Oh, jo. 7.50. Das ist ja schon mal wieder ein bisschen was. So. Wir werden safe noch mehr verkackte Dingens brauchen. Sorry. Ein paar machen wir noch. So. Das müsste theoretisch. Na, wobei. So. Das müsste jetzt eigentlich reichen. Wir haben auch wieder einen Metallplatz mehr frei, weil wir gar nicht alles für Sticks verballern. Oder beziehungsweise nur einen Platz für Sticks brauchen statt zwei. Ähm. Bam, 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 bam. Die Fackeln hab ich auch. Die müssen wieder auf da hin. Geil. So. Das ist mal hier alles ein bisschen. Welchen Abstand haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Der Abstand da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also ich zähle nicht immer 2, sondern das hier ist dann schon für die 1, auch wenn das die 8 ist beim letzten Dingens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich geh erstmal pennen. Man soll es durchgehen sprinten, du dummes Stück Scheiße. Man. Du wirst schon tatsächlich wieder Nacht, ey. Ich drehe ruhig. Genau, du sagst es. Gustav Günther und Detlef, glaube ich, hießen die. Ich muss echt bald meine Arme schilder oder so basteln. Digga, du sollst sprinten. Und dabei springen, weil es schneller geht, Mann. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hä? Vollerhauen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann kommt das ja wieder mit hinten nicht hin. Weil es aber nicht symmetrisch wirkt. Was ja von hier dann nicht 8 sind. Was ist das für ein Scheiß? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann müssten wir hier statt hier. Was ist denn da vollbehindert? Oh, jetzt kommt ein Digga. Muss natürlich auch da rüberfallen, ne? Oder die jetzt hingesetzt. Oh, alles durchzieht mit Fackeln. Ne, es sieht auch, das ist auch drin. Das ist doch wieder kacke, dass es nicht symmetrisch wird, Mann. Och, Digga. Jetzt hat ich jeden vierten, ist mir auch egal. Er ist gestrandet. Diggah! Oh, ich reg das auf. Verpiss dich. Scheiß Fackel, Mann. Oh. Ähm. Wo ist die? Oh. Wo ist dieße? Wo ist die? Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, jetzt ist es sogar symmetrisch. Nice. Nice. So was hasse ich immer wieder. Biss dich. Nee. Oder? Keine Ahnung. Oh, Digga. Oh, das Zeug geht mir auch hart auf die Eier. Oh, man. Oh, das hat genau, naja, fast genau gereicht. Wir brauchen daher noch ein Stück einfach Krasen. Nur 36 Fackeln. Belastend. Also auf die Seite, also wird es wohl auch auf Vierer da gehen, aber ob das hier mit Vierer geht, bin ich aber gespannt. Ja, haben wir auch schon mal vom Feldrückergruppen, die uns nur unser Elementar zukünftigen. Ja, geil, wir müssen nur noch die Felder zu Ende bauen, Wasser machen, überall noch den Zaun durchziehen und Fackeln hinklatschen. Nice. Dann sind unsere Felder weit fertig. Dann wollen wir natürlich noch neue Erden, neue Pflanzen, etc. Oh, nice. Läuft bei uns. Och, Digga. Ich schwöre gleich, fliegt der Controller an die Wand. Das geht mich gerade richtig auf. Soll es sprinten und hier nicht. Geistige Behinderung. Zeigen, Alter. Oder demonstrieren. Scheiß Controller, Mann. Och. Jetzt tut mein Auge, natürlich, hey. Mit dem Scheiß Pflanzen, die brauche ich nicht. Ach da. So. Ich werde dann erstmal natürlich logischerweise täglich produzieren, weil wegen, ist so, dass ich erstmal Detroit Become Human weiter mit dem Rutsch durchspielen kann. Das soll man ja am besten in einem Rutsch durchspielen, oder? Habe ich nicht wegen YouTube und so. Und weil es schon 2 Uhr war, als ich das aufgenommen habe. Beziehungsweise die letzte Folge. Ich würde es sagen, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst ein Like, das Video, schaut in die Videobeschreibung, folgt mir auf Instagram, Twitter und Co. Und macht es sich gut und macht es besser. Ciao mit V.